Round 1 Ehrlicherweise, das ist mir zu viel Hä? Satishu left? Ja, ich bin gerade... Ich habe gerade den Browser geswitcht. Das Ding war voll von Werbung. Achso. Es tut mir leid. Wie heißen die Viecher? Das Laptop ist dafür nicht geeignet. Ich schreibe einfach blöde Kommentare. Alles klar. Schreib blöde Kommentare. Du kannst auch einfach reinkommen und blöde Kommentare schreiben. Oder so. Ach, ich habe den Pfeil nicht gesehen. Habe ich jetzt eigentlich das erste Wort verschmissen, indem ich raus und wieder rein bin? Wenn ja, sorry. Na, warte. Das muss ich jetzt mal. Aha. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nur die Spritis kennen das. Ayo, Ayo. Korn ist hier. Dafür muss man... Ja, ist okay. Blacky! Was? Hä? Shit. Das ist gut. Hä? Hä? Naja. Blanke. Hä? Hahaha Yay! Sogar gleich direkt richtig Mehr kann ich da jetzt wirklich, also ich kann es schöner machen Was soll das heißen? 5%? Ja Was? Nein, andersrum Ja, es geht nach Achso Es geht nach oben Stimmt, die Schilder gibt es ja auch, wenn es bergauf geht Ja Ist doch der Typ, der aus Bayern kommt, ne? Ja, ich meine, nur weil es bei dir im Leben die ganze Zeit bergab geht, aber Genau, deshalb kenne ich die Schilder auch nicht Ja, es war die Planke Du hast vollkommen recht Es war die Planke Hä? Denk bei MeinBot weiter. Giftpilz habe ich am Anfang auch gedacht, aber das war zu lang. Das war Zufall. Das war voll Zufall. Das war echt Zufall. Ich meine, ich habe an irgendwas Grünes gedacht und da fiel mir das nicht rein. Ach, das kann Affen sein. Okay. Und der Papst eben war auch mehr oder weniger. Einfach nur irgendwas, was ich reingeschrieben habe. Lieber ein paar Wörter spammen als gar nichts. Das war's für mich. Ah. Bad, bad. Du liegst ja gar nicht mal so falsch. Ist es das? Das sollte man erkennen. Und über meinen Apfel reden? Tja. Du bist ja gar nicht so schlecht in dem Spiel. Du bist ja gar nicht so schlecht in dem Spiel. Das wollte ich gerade schreiben. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie ich ihn noch blutiger machen kann. Oder Plank. Es war Plank Cave. Okay. Okay. Ja. In Richtung! Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Cod auf dem. Nice butt. Totonik. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das kleine Entchen da drauf oder der Fisch oder was auch immer das war? Das sollte ein Entchen werden. Ich habe nicht so genau hingeschaut, nachdem ich auf den Chat geachtet habe. Blau. Ich wollte gerade nachfragen, soll das dein Zauberstab werden? Aber das ist doch ein bisschen zu lang, oder? Mhm. Ups. könnte jetzt noch hergehen und was drauf machen so zum beispiel so was weiß ich drauf das dann so runter ich kam nicht wirklich drauf wie man glaube ich gemerkt hat ja wie noch jemand hat noch nicht jetzt ist der zeitpunkt zum reinkommen komm rein da müsste es ja für aufstehen war richtig das wollen wir noch nicht antun das langes wort ich will wie komme ich da zurück ich komme ich da zurück denkst du euch invertiert es tut mir leid alternativ wäre vorstellungskraft oder publikum gewesen ich habe vorstellungskraft ja Ja. Boah! Oh, sehr schön. Oh! Oh yo 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 Oh yo 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 also ja alles klar ihr sprecht euch doch ab ja sie abstrakt richtig aber wirklich abstrakt stelle ich kraft zum glück nicht aber ich nehme gleich das da wir kriegen nie wieder raus so m m m m m m Für mich sieht das alles aus wie eine Rolle. Was ist denn für eine Klapperschlange? Geht es nicht noch länger? Gibt es auch die Möglichkeit mit zwei Wörtern. So, ich habe das. Darf ich was schreiben oder nicht? Ich glaube eher nicht. Ja, doch. Ich habe es auch gerade gesehen. Man erkennt es ja nicht richtig. Hä? Ja, man erkennt es nicht richtig. Ah, meine Linie ist nie. Kein Problem. 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 Kein Problem.